Alright, 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 Leute, ich bin wieder zusammen mit Corrupted und Bardo in einer neuen Runde Cards Against Humanity, das Spiel für schlechte Menschen. Wir sind einfach nur schlechte Menschen. Und ich hab direkt die Karte, mit der ich bei Bardo auswählt. Ich bin der Auswähler. Ich hab 99 Probleme, aber Ninde ist keins davon. Friendly Fire. Klatschen ist auf. Kein Problem mit Friendly Fire. Ja, sorry. Ich bin Clatsch. Aber Klatschen ist gut. Aber Friendly Fire macht halt bei mir Sinn. Hörn, den Gegnerbezug hast, ist einfach insequent. Ja, aber die Referenz versteht keiner. Ja, doch, doch. Wer denn? Die Videos sind vier. Einmal hab ich jetzt was mega weggefeuert, was ich eigentlich noch getan haben müssen. Das stimmt, ich habe tote Eltern getötet. Wie fragst du? Polizei, die wir mal. Das stimmt, ich hab meinen Sex eben getötet. Wie fragst du? Haufein, also Uppan. Das macht gar keinen Sinn. Das war super. Verdammt. Deins macht noch weniger Sinn. Noch weniger Sinn. Ja, nur weil tote Eltern. Das ist so stupid. Ja, ja. Ich hab mein Sexleben getötet. War nix. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich New Age Music aus unangebrachtes Jodeln holen. Äh? Ich wollte die beiden loswerden. Da hast du ein Trash getroffen. Ja. Die sind beide unlogisch. Ich hab die beiden davon. Hey, damit du nicht wirst, macht Sinn. Die stecken halt in der drin irgendwo. Ich werde ich Klunker aus Britney Spears mit Schmuckstücke aus jedem Körper rausgeschnitten. Versteh ich das. Aber why? Ja, okay. Aber ist besser. Why not? In den 90ern ist viel passiert. Schreibt's noch in die Kommentare. Wer wählt über Bardo? Okay, Bardo macht das. Wenn ich der Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für mhm schaffen. Das gewinnt. Kindes Missbrauch. Es ist Kindes Missbrauch. Es passt nicht. Die sind schlampen, sorry. Yes! Was? Sie sind Aids verschwendet. Meins müsst ihr euch wie eine epische Story vorstellen. Okay, stell dir einen epischen Film da bevor. Immer wenn Bardo das sagt in seinen Kartenschein. In einer Welt von Kamikaze-Piloten-verwüsteten Welt ist ein Affe, der eine Zigarette raucht. Das ist ja ein Film. Smoking Monkey vs. the World. Ey, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ein Affe, der eine Zigarette raucht, ist echt nicht übel. Ich muss mir gerade so einen badass Affen vorstellen, der gerade auf dem Schrein sitzt. Aber das zweite ist einfach am besten abgelaufen. Wer davon gefühlt, verwüstet welchen Masturbation sein kann. In zweites kann ich mich hineinversetzen, emotionell. I feel you. Relatable. Aber wenn ihr ein Thumbnail haben wollt, bitte macht einen voll Affen-Dance. Warum tut mir alles weh? Aids wäre jetzt super. Aids wäre super. Was wäre so? Aber meins ist so deep und Tumblr. Das gibt's nicht. Okay. Ich habe den Twitter-Doll. Warum tut mir alles weh? Heimliche Arschgratzer. Warum tut mir alles weh? Gefühle. Ja, sorry, Alter. Gefühle ist einfach der Dinger. Was willst du machen? Die Rühle zu unserem Weh. Ich hätte irgendwas wasen sollen, ne? Ich habe doof Gefühle bekommen. So möchte ich sterben. Aids. Aids ist so richtig. Fettlerbigkeit. Ja, so möchte ich sterben. Ich habe das mit dem Hage genommen, aber ich nehme Fettlerbigkeit. Das ist richtig. Ja. Ich habe so gute Karten. Fettlerbigkeit. So möchte ich sterben. Ich möchte Fett sterben. In dem neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste Mal. Warte, willst du? Das ist so gut, da kann jetzt irgendwas Beverses kommen. Michael Jackson ist erznasend. Meister Proper direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Das ist proper. Du willst Meister Proper. Direkt hinter dir. Super. Das ist einfach mit dem Punkt. Okay. Ich habe Keanu Reeves Flexikum nicht getracht. Wir hätten ewig nicht mehr Keanu Reeves. Ich vermisse ihn irgendwie. Ah, Keanu Reeves. War Keanu. Fehlkarte. No comment. Instant win. Wenn wir jetzt keiner verstehen von den Zuschauern. Wird der nicht sogar mit EE geschrieben? Ich glaube auch. Ich habe gehört. Wer es mit den Zuschauern verstanden hat, bitte immer in die Kommentare. Wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, hier oben rechts auf das E klickt. Starts Gäste mit. Meins ist super. Meins ist super. Das zweite ist cool. Aber das zweite ist einfach zu brav. Seberlich gemesserte Hackbällchen. Ist mir zu brav. Das ist dann sein eigenes als zu brav bezeichnet. Irgendwie fein, wir finden ja die Sachen, die die anderen wählen. Unsere Starts Gäste begrüßen wir mit Hackbällchen. Das kann sogar wirklich passieren. In Finnland war. Hey, du bist in meinem Land hier. Das ist ein Hackbällchen. Wenn du. Jetzt mal. Was andere. Was hat meine letzte Beziehung beendet? Was hat meine letzte Beziehung beendet? Abschweizbare Daumen. Tom Cruise. Tom Cruise. Stell dir vor, Tom Cruise kommt zu nach Hause. No. 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 Meine Beziehung ist beendet. And was it was ended. Ich war erst unentschlossen, als Markus mir noch verkauft, der Ball. Was? Naja, als ob er sagt, waste one of Tom Cruise. Wir verkaufen immer die Sachen der anderen. Warum macht man mit das? Tom Cruise hat einfach lustiger ist. Es tut mir leid, Professor. Aber wegen dem hm hm konnte ich mir die Faust aufklären. Oh. Wegen den Honnissen, das wäre jetzt auch gut gewesen. Okay. I get it. Steven Hawking der 5. Oh, du versauter Junge. Ich will Hausaufgaben machen, Steven, lass mich doch auch. Pass mich an. Pass mich an. Touch me, body. Steven, stop it. Touch my body. Pass me. Es heißt, in der JVA-Tegel kannst du 200 Zigaretten für... Nein, auf dem Aids. Aids ist doch super. Oh. Yay. Gut. Ey, wie ausgeglichen wir alle sind. Ich wollte es dir nehmen. Ich zeige kurz auf, meine Zuschauer. Aber du nimmst mir ab. Nee. Nee. Verschwemst du. Nee. Win, win. Ich hätte die Hände genommen. Der hätte es, glaube ich, noch mithalten können. Okay. Ihr seid doch alle Juden. Japaner sind nicht gut in Mathe. Ich habe das Japaner gar nicht zu Ende gelesen. Bei Juden hatte ich überzeugt. Hier hat er noch einen guten. Oh, shit. Oh, shit. Das ist wie bei CSGO, wenn man an der WP-Typen sieht. Oh, shit. Zu spät. Ja, ich... Ja, es passt. Ja, der will ab. Ja, sorry. Ich habe das gewonnen. 10, 9, 8. Oh, das war mir wirklich schön. Es regnet jetzt Konfetti. Ich bin das schwarze Dude. Schaut bei den anderen zwei Leuten vorbei, falls ihr deren Video sehen wollt. Und vor allem auch den. Bzw. ich will Abos. Ihr müsst nicht bei den anderen reingucken, weil ich habe die Facecam von den beiden drin. Weil die werden die mir jetzt direkt schicken. Yay. Wow. Und abonniert mich. Ja, schaut rein in das nächste Video. Ich habe gehört, die machen ganz lustige Videos. Und dann sehen wir es mit dem Video. Ich bin Flosse. Klopp. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.